Für Sascha geht bei Promi Big Brother ein Lebenstraum in Erfüllung. Denn als großer Fan der Kelly Family kommt er einem Idol seiner Jugend sehr nah. Und löchert Cassie natürlich mit Fragen. Kam noch nie ein Produzent auf die Idee, eure Familiengeschichte zu verfilmen? Immer. Wollte ich gerade sagen, das ist doch absurd, weil das ist ja der perfekte Film. Die Kelly Family ist so ein Phänomen für mich und ich bin mit dieser Musik groß geworden. Und auf jeden Fall finde ich das unglaublich interessant, wenn auch Cassie von ihrer Familie erzählt. Und ich bin halt auch jemand, ich frage wirklich alles. Ich habe hier die Gelegenheit, das aus erster Hand zu erfahren. Es gibt ja auch immer diese Hater. Und hat euch das damals getroffen, dass ihr im Grunde genommen der Inbegriff wart für hässliche Klamotten? Wenn man gesagt hat, hier, das sieht aus wie die Kelly Family. Wenn du irgendwelche, kennst du, du kennst, natürlich, kennst du diese Klamotten. Habt ihr euch das getroffen oder habt ihr darüber gelacht? Ab und zu, haha, kam es schon, okay, als Witz. So, okay, wir sind abgehartet und ich bin abgehartet, aber trotzdem, das, es hat wehgetan. Und es tut manchmal auch weh, wenn, ja, unterschwellig, so ein Witz in diese Richtung kommt. Wir haben uns immer anders angezogen und entweder fanden die Leute schön oder die haben sich voll ins Gesicht ausgelacht. Du arbeitest so hart, ja, dann kommst du irgendwie so 96, wo du richtig erfolgerst und kriegst du nur so auf die übelste Weise, so wirst du beschimpft. Dass, dass diese Art von, ja, immer runterbuttern oder jemanden zu beleidigen auf diese persönliche Art, schon mich, also ich weiß nicht, bei meinen anderen Schwestern extrem so wehgetan hat. Jetzt ist es mir egal, aber damals war es schon ein bisschen in deinem Stolz, äh, mich hat das mein Stolz ein bisschen angegriffen und ich gedacht, mein Gott. Du unterwegs hast du keine Ahnung, ein Eimer, zwei Eimer gehabt zum Waschen und so weiter, dass wir Mädels, also besonders für Zitzi und ich einfach immer gesorgt haben, dass alles sehr sauber war, dass wir jeden Tag die Blusen gewaschen, die Kinder die Haare gewaschen, die Haare geflochten. Also wir haben mit wenig Mitteln immer auf Hygiene und Sauberkeit geachtet, ich meine, es war ein sehr, ein Survival-System, ja. Das war ein System, wir zusammenbleiben stark. Ich finde es halt geil, dass das bei euch so ein Familien-Ding ist, also, weil ich glaube, dass ihr halt so eine Familie, das ist halt auch so eine Gemeinschaft, die dadurch so stark geworden ist. Aber ich finde es eine schöne Gelegenheit für mich, dass dieses Thema, ähm, aus meinem System rauszubringen, hier bei Big Brother, Dankeschön, dass ich das in einer Art und einem beschützten Rahmen dann das aussprechen kann einmal. Das war's für mich, dass ich das in einer Art und Weise, dass ich das in einer Art und Weise, dass ich das in einer Art und Weise,